So, nachdem ich nur meine beiden Videos über Knop-X aufgenommen habe, folgt nun wieder ein Let's Play. Und zwar Back to Saturn X. Quatsch, was red ich denn da? Ähm, Examination Day. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. So. Ah so, und für alle, die meine Knop-X Videos gerade gesehen haben, über die Knop-X Installation, ja, ich mache auch meine Aufnahmen logischerweise über Knop-X. Ich mache alles über Knop-X, bevor ihr fragt. Auch für die Leute, die bei Perionet auf meinem Mindtest-Server spielen. Ich habe jetzt mal einen Mindtest-Server und die laufen auf einem Laptop, der auch unter Knop-X läuft. Also bei mir läuft wirklich alles Knop-X-Badion. Nein, da wollte ich nicht. Ich wollte gesagt, dass da. Arschloch. So, wir sind beinahe Stadtmap. Wow. Ich schieße ihn ab und schieße die Welt. Ist auch egal. Äh, 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 tschüss. Tschüss, lass bitte raus, lass bitte raus. So, guck, wow. Das gefällt mir. Da dachte ich mal, ich bringe bis zu rum und zu direkt in den Sequel. Ich fahre. Ob das hier wohl auch ein Sequel ist? Es sieht so Victoria's Sequel mit sich aus. So, was machst du denn hier? Ich brauch keine Freunde. Mein Bedarf kommt mir nicht bei Mediamarkt. Guck nicht auf mich. Da würdest du mich abschießen oder was? Warte mal. Warte nur her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Äh, äh. Warte noch. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Leute, sind die im Krieg oder was? Das leuchtet da so komisch. Da. Ist da nur Ruhm oder was? Keine Ahnung. Okay. Okay. Hier geht's weiter. Jetzt müssen sie die Gegner. So. Oh. Oh. Ähm, äh, okay. Achso, da kann man super hoch sein. Boni. Und wenn der Boni ist, muss man da hochkommen können. Äh, oder auch nicht. Da kommt schon. Jawoll. Kann man hier rein? Äh, ist doch egal. Wahrscheinlich kommen wir da später noch rein. Ja komm. Ah, ich verstehe, was du meinst. Wow. So. Oh. 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 Der ist ja schon nervig, was ich dachte. Achja, schon wieder da kann er hopsen. Ich soll grad sagen, wie so ist der so schnell. Jawoll. In die Eier getreten. Ja, aber kannst du beim Milch kommen? Ich hab da ein Problem, oder? Die wollen ihre Post nicht annehmen. Ich speichern mal ganz kurz. Ich geh sowieso nicht davon aus, dass es irgendwelche Räume gibt, wo man sicher ist. Es ist immerhin Extermination Day. Kann man da oben rein? So, da kann man rein. Sind doch Gegner. Ja doch, da sind Gegner. Ich korrigiere, da waren Gegner. Wobei du da immer noch welche da sein dürsten. Nein. Okay, ich muss da hin. Nein, da kommen hier auch nur welche. Alter. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Nein. Okay, ich muss da. Hier bin ich einfach geschützt. Oder auch nicht. Ach komm, Alter. Wie viele sind denn das? Ja, leck mich am Arsch. Ich hab hier hin. Wow, ich hab hausweise Scheiße bekommen, aber dies hat mich wirklich interessiert. Ich bin gleich tot, Leute. Hallo. Äh, geht doch. Ab die Post hier. Ich bin gleich tot. Ja, bin ich wirklich. Alter, was schickt der mich immer für eine Scheiße. Boah, Leute. Hallo. Hey. Merkst du noch was? Ja komm, leck mich. Oh, ich bin halt. Oh, Mann. Wie ist das denn? Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Mh, ja, ja. Äh. Hallo? Von vorn hin? Übrigens habe ich jetzt die ersten Videos hochgeladen in Full HD. Heißt also, sobald die Videos von euch angeguckt sind und ihr mir dann schreibt mit Nein sieht ultra scheiße aus. Boah, alter Leute. Okay. Ach ja, ich habe hier keine Kettensäge. Mann! Wann kriege ich hier keine Kettensäge? Ich brauche Leben. Äh. Ah. Wow. Okay. Okay. Tschüss. Ich bin. Tschüss. Ich bin raus. Ne? Komme ich da? Kann ich da? War das gut? Mach. Ist auch egal. Komme ich wahrscheinlich später hin. Ich hoffe, es zumindest. So, hier habe ich eine, hier habe ich auch eine, ähm, Mikronahme und Minikan. Keiner macht sich mehr an. Oha. Da komme ich her. So. Hier war eine Tür. Okay. Ja. Hier ist eine bestimmte Falle. Oh. Ja. Ach, jetzt sehe ich auch mal als Falle. Kann man nicht anklicken. Kann man nicht sich erleichtern. Okay. Okay. Ach, das ist eine Karte. Da habe ich hier beinahe nur eine Karte rausgerannt. Kommt man auch gleich durch? Ey. Die so obligatorischen Waffen, die sowieso nicht schießen. Äh, was war, war es mal ganz kurz. Ja, ihr hört es schon. Ich muss mal kurz Kaffee schießen. Öööö. Okay. Äh, nein. Das ist das, was ich möchte. So, hier ist blau, hier kommen wir rein. Oh. Die sind aber nicht willkommen. Oh, sie ist ja gar nicht willkommen. Die wäre so eine Gastfreundschaft, ihr Bitches. Ah, komm. Sei brav und bück dich. Dankeschön. Mhm. Hier geht es nicht weiter. Doch, da geht es weiter, oder? Na, komm, komm, komm. Na, egal. Ich kann eigentlich auch mal wieder meine komische Granate benutzen. Das da zum Beispiel. Oh, Alter. Oh, Alter. Hä? Geht der gar nicht auf? Ich hätte gerne wieder ein bisschen Rüstung. Na komm. Oh, ich lege doch mal gerade den Hut auf. Na komm. Oh Mann. Habt ihr jetzt davon? Ich bin sauer auf euch. Ist da noch einer? Halt hier durch? Nein, kann ich nicht. Wow. Mua. Oh Mann. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo kommt man auf die Kühltrecke irgendwann. Ah, ich kann mal raus. Ne, kann man nicht. Doch. Nein. Ach, man holt's jetzt sogar raus. Ah. Die haben eine unauffällig einen Weg gelegt. Wie unauffällig. Ach so, jetzt bin ich ja doch hier. Ja. Es sei der rum, wo ich von dir durchgeschossen habe. Ja, Korben. Aha. So, ich hoffe, ich betrachte das einfach mal als Halfroom. Oh. Ist wohl doch kein Halfroom. Ja, Korben. Ich bin tot. So. So macht halt mein Glück im Unglück. Ja, ja. Ihr könnt mich mal. Wo geht's weiter? Oh. Meine Rakete hält dann scheinbar noch fest. Das ist jetzt unschön. Ich hoffe mal, ich schütze mich jetzt das Spiel ab. Das wäre nicht das erste Mal. Oha. Och nö. Geh mal weg. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Ich sag, er hat 50 lang geflogen? Klang grad so. Ich geh einfach mal da rüber. Man hätte sowieso nicht abgelaufen. Warte, wie dritt denn hier? Äh. Okay, meine Waffe funktioniert noch. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Ähm. Hier sind überall Winkel. Also Gassen, Mensch, doch. Kann man nicht rein? Ähm. Den kann man auch nicht. So. Kein. Da ist auch, oh. Da gibt's auch Gegner. Im Sonderangebber. Oh, ist doch klar. Oh, nö. Hä? Äh. Äh. Alter, hab ich schon wieder viel Leben verloren, ey. Oh, komm. Oh, ich häng fest. Am Auto. Oh. 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 Der sieht ja wieder übel aus. Kommando. Oh. 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 Oh, ne. Na hallo. InimanAlle rüber, oder was? Sollte nochmal weiter so was sein? Komm ich auch nicht raus? Lkw. sie wird jetzt auch nicht nein nein was muss ich jetzt machen hier ist ein boss auch nie oder sagen wir es nicht dass das aus dem boss sein soll okay wenn es ein problem dieser boss fight an wirklich wahrscheinlich irgend so einen ausgang die frage ist nur da ich diesen boss fight ja wohl überspringen muss weil es gibt hier kein boss fight wo muss ich jetzt hin wo muss ich denn eigentlich raus muss ich hier raus guck mal nein doch scheiße dämon präsenz beendet hä? und was nimmst du das hier? war das kein demon oder was? du bist ja wohl... oh jaaa ich akzeptiere das jetzt mal als göttliche fügung quick save ja gut das war glaube ich eine kurze episode na gut das kann man sowieso mag ich mich noch mal ja ja